Hi, ich bin Christine Meinecke, ich komme vom VfL Campus in Wolfsburg. Ich bin Bachelorstudentin, habe im Jahr 2017 angefangen, direkt nachdem ich mein Abitur gemacht habe. Am Studium besonders gut gefällt mir einfach, dass ich die Möglichkeit habe, so viel Praxiserfahrung nebenbei zu sammeln. Es ist perfekt, dass ich ein Praktikum machen kann oder dass ich vielleicht auch als Werkstudentin arbeiten kann, dass ich andere Möglichkeiten einfach habe, zu meiner Theorie auch einen Praxisbezug mehr reinzuholen und nach den drei Jahren Bachelor, wenn ich 21 bin, nicht nur mit der Theorie rauskomme, sondern auch für die Praxis und die richtige Arbeitswelt gut gewappnet bin.